und willkommen mein name ist an die ölp und ich bin zurück zuletzt play so was mein spaß ultimate ich bin immer noch hier auf dem weg alle möglichen sachen die mir noch fehlen hier zu erledigen im abenteuer modus und ich habe ja was gefunden dem boss okay gift anhaben also ja dagegen haben wir noch antigef dann tun wir ja noch halbwegs was vernünftiges auswählen und zwar ich will nach stärker sortieren warum geht das nicht aber ist schon ultra schneller warum nicht so ich mal ja warte mal jetzt habe ich und die gift weggenommen war aber ich will irgendwas anderes sie haben außer nieder ist effektiv dagegen okay dann mach mal dazu also mama ist nur gegen samus kämpfen also nur ausdauer smash ich möchte es ja vielleicht lässt sich ja erledigen sowie sowie kennendorf warum bekomme ich schaden hallo warum bekomme ich mal noch schaden hallo okay da schaut mal so wie immer haben wir kommen die schaden hallo und gibt hier ausgröße oder gibt resistenz ich habe mich an die gift noch die moon gegen gift hat hätte ich gerne ja man funktioniert hier nicht bauch dicken einer umgegen leichte charaktere schwere charaktere hallo hat mal relativ viel erfolgt das gefühl bau sei es gut gegen dicke gegner gegen schnelle gegner weil er geht es sowieso schneller als ich also dann kann ich ja direkt ein auf dings machen wir sehr schwer wo ich mal verdienen ja und ich mache die näher genau aber ja aber ich sowas schon sehen ließ mir noch nicht mal angreifen die springen einfach nur durch die gegend also jetzt krieg ich wieder gar nichts ja auch frei oder was naja ob die sowieso nicht kaputt aber jetzt weil ich das schon sehen hat das gleich abgezogen geil ich brauche mega heilung glaube ich von zeit hat okay er wird jetzt immer so ein trend wir müssen halt viel hier um ändern nicht irgendwann wird die moon gegen gift macht ohne das dafür zwei so jetzt sei bitte nicht so nervig wann aber wenn ich sowas schon sie die einfach nicht still halten können ja genau kann ruhig gehalten werden also ich mach einfach den hier so oft wie möglich hallo kann ich gehalten werden noch mehr die ultimate bringt es leider nicht so das ist das blöde 6 schaden da bauser bringt es auch irgendwie nicht so und sehen man was macht man ja gott mich an weil die wir so haben rumzüppeln ist wie blöde war mal mit longhouse pennsylvania als würde ich mein geister platz für gift hier anti gift opfer muss ehrlich ehrlich was ist das denn junge kann man nur so krass spielen kann nur computer die leute die online spielen kann schon vergessen man mal ist da hat ich habe eine idee aber sehr situationsbedingt nochmal mit link warum kann ich die bombe nicht aktivieren wenn mein gegner die irgendwie in hand hatte das irgendwie war irgendwie was mich ein bisschen stört weil ich die tuse geht mir so auch für da gut da könnte mir helfen dass ich ja schon sagen heim ich mache da gut das bringt natürlich wieder nichts ja jetzt kommt sie gleich mit ihrer ultimate und macht mich auch noch platte das ist das problem ja was zielsuchend war stimmig hier diese wird ist eine idee dafür musste aber mit mir kooperieren ich baue die gar nicht erledigen auch die weise muss sie einfach nur mit meiner ultimate wegkauen wird schon nicht shoppen in die stage reinzukommen man kann so aufhören mit dieser kombi ja und zwar halbwegs gut sobald man sich an dieses beschissene tempo ja gewöhnt ne ne und jetzt nicht bis ich habe ich gesagt er ist auch voll gestört wird die er macht du musst mal bist du zu nah oder 200 prozent die kuh einfach nur muss einfach nur kurz nachdenken und wissen was kann ich in dieser beschissenen situation machen und dann war schön gut aber jetzt muss wieder gegner suchen war man da schon drin brauchen wir schon mal drinnen ich habe da war letztens schon mal irgendwie aber muss jetzt nicht weil da reingegangen sind oder nicht immer war eigentlich da ein glaube ich so oder ja okay ich mache schon mal was ich bin einfach irgendwo in teleportiert das hat hin da müssen noch ein gegner so viel sind ja wohl nicht mehr übrig darum ist noch was wünschte ich könnte von der karte aus irgendwie ja weil ich anvisieren und gucken was die sind jetzt mit lernen über ihn aus 79 bald das ist immer noch nicht wo der shop hier sein soll der letzte ist ja noch irgendwo hier seien in der mitte ich da schon alles verlegt und sternchen dann also nehme ich mal ein jahr langsam schwierig hier da war noch einer genau da kann ich gar nicht nach rechts rechts immer nach rechts fahren da hingehen bitte ich dahin finde natürlich da danke jung junior gegen hättem kampf verstärkung was weiß aber auch schaffen ne hallo 3 ich habe jetzt ich hatte gerade so einen blöden kampf dann würde sich auch mit diesen kack an ehrlich alter arbeit hat er jetzt schon wieder nein habe ich gar nicht getroffen ich muss nur den erledigen ich glaube doch auch an mann und auch da hat mich jetzt mit einem super schlag heraus hey will sie mich verarschen die sagen mit diesen angefangen die jemanden raus stärkere gegner für gehen er den kopf verstärkung so dich erledigen bevor ich krieg so hat kotzt dir so einige sachen die regen ich aber auch echt auch wieso kriege ich den typen nicht getroffen ja genau da kommt rein haupt mich direkt weg wir müssen erzählen ich bin schon wieder beinahe aus und ich krieg den klein nicht getroffen pausa damit baue habe ich den erfolg stehende manchmal zeigt bringt mir nix weil ich schon raus mit vorderen wie ja kommen sie kriegt mich irgendwie auch ich weiß nicht wieso nein hat er hat nicht gereicht da wollte ich nicht machen glaube ich jetzt weg auch raus dieser blöde sagt wenn er nicht mit bisschen später auftauchen wir kommen ja gut und klick raus Nein, der ist immer noch am Leben. Nein. Mein Gewick, du. Nein, komm doch mal ein bisschen näher an mich heran. Nein, nicht du. Nein, nein, komm her. Komm her, komm her. Nein, das gibt es jetzt nicht. Krieg doch aus, Mann. Nein, lass mich. Boah. Boah, das wäre es gewesen. Runter. Das macht mehr Schaden, genau. Boah, Junge, hörst mich los. Nein. Alter. Krieg doch mal aus. Nein. Mein Gott, komm doch mal näher. So, jetzt komm, ich bitte dich treffen. Jawohl. Das ist eine Blödinge aufgeladen. Ja, ja, ja. Wieder ein Gegner geschafft. Boah. Götz, wo noch. Da ist noch jemand. Da habe ich da irgendwie so rum. Das ist ja normaler Donkey Kong Dschungel, ne? Ja, hier haben wir alles. Aussehen. Da muss man echt nachgucken, wie viele Geister man retten kann in diesem Spielmodus. Dann kann ich so irgendwie vergleichen, wie viel da noch fehlen. Unverwundbarkeit für Gegner. Versuchen wir mal. Ich muss nur Rosalina erledigen. Also. Mit mir jetzt Ultraspages wird sich breit. Also sofort. Das Glück ist ihre Ultraspages nicht so tolle. Ja, aber es hat mir auch Schaden gemacht. Sieh mal noch unbesiegbar. Da ist der Heine gerade rausgeflogen. Ich kann auch so einen blöden Angriff nicht. Wie die Körbis immer erst sofort auf mich loskommen und meine Dings haben wollen. Das war einer weg. Ich glaube, ich kann mich dann auf die Ultimate hoffen. Na ja, wie ich das hat, die erledigen wird. Macht ihr da. Die sind immer noch im Leben. Warte mal, ist ein Stern. Der trägt nicht deinen Namen. Ja, der trägt meinen Namen. Ha. Ich verarschen. Tschüss. Der wird. Ich denke, es gibt noch einen Platz. Nur, das ist krass. Ein Platz und alle spezielle Techniken sind besser. Damit müssen wir mal ein paar Teams erstellen. So, wir haben auch alles erledigt. Langsam weiß ich aber euch nicht mehr, wo ich noch lang soll. Okay, ich dachte, wir landen in irgendeiner Dungeon oder so. Aber da war Gourmet rennen. Da ist noch was. Eigentlich da. Da war Gourmet rennen. Da war James McCloud, James McCloud war auch im Herd. Da habe ich gerade ausgerüstet. Da habe ich gerade ausgerüstet. Das ist genau gleich. Meine Frage ist, dass ich jetzt beide ausrüste. Gourmet rennen. Da habe ich auch noch eine Ultrasmash hoffen. Da ist noch eine Truhe, die will ich gerne haben. Gegen den haben wir ja schon mal fast gewonnen. Ja, da würde ich mich greifen. Und ich kann nicht auch greifen. Man muss nur hierhin kommen und schaue ich weg. Das war ein bisschen viel Prozent. Ich glaube, ich nehme neben dem raus, oder? Aber jetzt wäre es jetzt auch. Gut. Der Idiot läuft da rein. Tschüss. Sehr gut. Ich liebe die Upsmash von Bowser. Die ist voll krass. Eine Schatzruhe. Gut. So lange, aber sicher, kriegen wir ja alles. Das haben wir gewonnen. Snack. Da fällt mir gerade ein. Ich sollte vielleicht mal ein paar Leute hier hochballern. Oh, geil. Boah. Na, da kostet nur 70. Gut. Das hat vielleicht mal einige meiner Geister hier hochleveln. Ich habe wieder ein paar neue, die ich hier evolvieren kann. Lynch, ja zum Beispiel. Und feiern bleiben. Puffer radiance wird so Lynch, ja von Radiant. Und dann. Luftschwung plus 1. Krass. Ja, aber kein Pegasus. So. Warten noch. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, bin ich nicht schon entwickelt. Welche nicht? Na, ich glaube, das hat man noch nicht. Ultrabremser. Achso, da ist es hier. Ja, okay. Doch, ich dachte, da wäre irgendwie, wenn man echt bremsen kann, so Pandora von Kittik aus. Irgendwie zu Kampf Pandora oder wie auch immer die heißt, ne? Ja. Kampf Pandora. Sie ist heiß. Äh. Hier Horror Kids. Jetzt. Zudem. Den böse ich von Majors Maas, glaube ich. Kräfteklau. Riesisch angefallen. Proportional. Ja. Ja. Sie haben, glaube ich, schon. Sie haben, bei dem bin ich mir nicht sicher. Mach mal. Metallriese. Ne, ich glaube, da tun wir schon. Ja, Dreck. Da ist immer so eine Sache, ne? Warum können die Schattierungen dann nicht weg sein, wenn der Doktor Kamoshi war? Okay. Warum können die Schattierungen nicht weg sein? Den richtigen Charakter schon ab. Smash Ladeschutz. Also. Ich glaube, so neue Sachen gibt es eigentlich nicht mehr. Waren Effekten und so. Wurweitern so. Und sie glaube ich noch, ne? wie schon da war's. So, kriegen wir noch irgendwas hier auf der Reihe. der reihe langsam müssen wir uns echt gegen diesen einen finalen boss ja mal stellen weil uns gehen die gegner aus ja sieht so aus rechten seite ist nix mehr natürlich tief runter ja so langsam die sache war hart sind kommt so neu aus der gesenke sprung kopf für alle gott klingt das sehr nervig gott versuchen wir mal gesenktes sprung kraft fahrlehrteils er wird nicht viel ausweichen können also box in seine schüsse tun sowieso nicht die gegner ist dann also ja ich glaube ich habe jetzt aber machen kann ich brauche nicht springen genau genau so machen wir das durch aber nicht so etwas ähnliches vor kurzem naja ich erreichte ihn soweit nicht sogar eine mine da platziert wir verarschen ich bin auch eingetreten ich würde darüber springen weil ich kann ja nicht genauso machen und ich halb mich hoch du nicht da komm mal der hat mich aus dem arena gekriegt dieser pisse und sagen macht doch nie im nehmen 50 schaden da war ich da natürlich wieder ausseht alter macht hat schaden ich bin darüber geschwungen man aber ich selber außer für richtig gut da gibt er einfach um lass mich einfach hier liegen also super wäre eigentlich auch nicht schlecht aber ja da gibt es ja noch irgendwas ich würde dann doch noch ein bisschen überhaupt machen so die letzten gegner denken sie ja wo ist pauline pauline die gemein ich noch nur dreck 9 und krieg dann jetzt noch mehr her da ist pauline dann haben wir ja schon fast irgendwie mal halbwegs geschafft wenn ich weil da die truhe die truhe will ich noch halb habe noch halbwegs im kopf was das war ja ja da ging dafür gehe ich vorlaufend mach mal das und wie für trainer nehmen wir hingegen wie für trainer ich muss schnell pause irgendwie so der claire bär moment erklärt schildkote die klärschild da nicht da wo die die ganze zeit hier ist auch klar haben wir sind schon erledigt wir sind hier schon wieder passiert naja voll krass okay dann kann man die auch noch 20 erlernen über ihn sehr gut und ich kriege mal auch noch irgendwie kommen gegner in den kampf verstärkung ja da werden wir auch irgendwie schaffen bin ich da na warte das auch wieder so bausers ultimate ist eigentlich richtig gut gegen solche sachen ich brauche jetzt eigentlich nur warten bis meine ultimate voll ist naja und dann war ich dir aus da wollte ich nicht machen die blöde tust die rennen und die ganze zeit weg und ich will dich ich will ich creme werden gedacht was ich sagen würde du bist du ich darf mich nein warum konnte ich mich bei diesem jahr nicht festhalten aber ich konnte mich nicht mit der unterstützt weil er nicht verloren dabei gendorf klappt dann irgendwie bei browser nicht aus irgendeinem gut die blöde ist so ein lächerlicher kampf er ist so ein bescheuerter kampf die bild überhaupt nicht auf mich los gerne hier rennt einfach nur weg und dann dann er soll ich ja nicht so ein kampf aber jetzt eigentlich habe ich überhaupt von geist ausgerüstet aber jetzt kann ich mich da ich kann mich da nicht festhalten aus und wunderbar ich kann ich habe zeigen ausgerüstet die steht einfach nur da und wenn ich dann auf die losgemacht die perfekte den ganzen ist auch voller bescheuß junge ist so ein dreck jetzt reißt du mich an ehrlich also ich muss ja schon aufpassen dass ich selber nicht runterfallen und dann ist ja wohl der verschießendste kampf aller zeiten also ich glaube ich muss erst mal die beine erledigen ja und dann kommen die mit sowas noch ist ich ja jetzt habe ich dir jetzt raushauen mit 0 prozent der wesens bewegt die sich nicht zwölf willst du mich verarschen war und dann wenn die einmal in meiner nähe ist ja ja zeitlimits auch noch war ich habe mir gerade so gedacht ich erlebe erst mal die beiden und dann gehe ich auf die los war er zeigt ihm ist auch noch ja oh mein gott eine minute 30 habe ich noch zeit also wenn hat nicht diese level hier werden und wer hat sogar noch halbwegs machbar ja genau du willst du daten erzählen das ist beschissenste mission bisher nein 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 er hat schon wieder die kacko eingesammelt das hat für ein bescheuerter kampf ich will das noch schaffen kommen ja wie lange hat dauert nur 13 minuten indem ich meine nächste partie auf freischalten glaubt mal statt hier mache ich mache so lächerliche ich möchte einsammeln nein ich möchte jetzt ich möchte jetzt so ein anfang ihr ein finger weg davon nein nicht die uhr einsammeln nein 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 manchmal kann ich mich da hinstellen manchmal nicht aber ich habe eine idee da versuchen wir jetzt noch mal so junge auf man ja weg ich dachte ich könnte sie so raushauen so ich habe eine idee pass auf wenn man folgen ist er bringt es nicht so aber was soll es ich brauche irgendwas noch irgendwas mit einem item ja komm schon naja wo ist jetzt nicht längst werden bestimmts item haben ist auf jeden fall ja wo ehrlich sind wir ganz unten irgendwo sein so eine erzkeule müssen sehr viel einfacher machen glaube ich mal ehrlich wo zum teufel ist ja mal so eine date war ja barriere nein sternen zepter bananen kanone maran hasen ohren zauber baseball könnte eigentlich auch nicht schlecht sein aber fällt mir sofort runter mannungsdauer war ist ja jetzt hier echt irgendwo ganz unten begeltungsknarre ich bin jetzt gleich ganz unten sagen wir sind jetzt nur primär geister aber ich habe verpasst kann natürlich auch wieder sein wer willst du mich verarschen drei dinge brauche ich wenn man wird mehr angst ich brauche mit drei da kommt geht nicht anders wo ist jetzt hier erzkeule wir halten uns jetzt sehr weit weg und machen den du weißt auch davon aus bis durch wo die weicht hat auch aus gibt es einfach nicht man da kommen jetzt nein das gibt es jetzt einfach nicht kommt nur meine ulti jetzt aber ja warte bleibt nur da stehen tschüss leckt mich wir haben es geschafft ich habe es geschafft der ding gesehen hat er mir nicht zugetraut aber ich bin hart geblieben und dann habe ich es doch geschafft katz wird so haben wir da auch schon aussehen und pause so das gibt es im shopping zu kaufen weil lernen wir gehen kann man lernen wir ihn kaufen was sowieso schon ewig lang also noch langer machen er ist auch geboren können erzkeule kubi kubi oder was weiß ich wir haben noch nicht mal aufgestockt wird oder so viele kämpfe gemacht 50 prozent her damit wird und er verkauft einfach nichts mehr für mich dann habe ich sagen das war es für diese folge er ist folge machen heute mit klassischen modus und ja am teuer muss mich halt gucken noch die letzten paar ob ich die neu erledigt krieg ne gut dann sage ich dankeschön für zuschauen und hinterlassen leiten abo kommentar richtig geil von euch und tschüss